Gustav Friedrich Fröhlich war ein deutscher Schauspieler und Filmregisseur. Große Bekanntheit verschaffte ihm die Rolle des Freda Fredersen in Fritz Langs Science-Fiction-Klassiker Metropolis. Er blieb in Deutschland bis in die 1950er Jahre ein beliebter Filmstar und trat meist im Rollenfach des charmanten Kavaliers auf. Leben und Werk Vor 1933 Gustav Fröhlich wuchs bei Pflegeeltern in Hannover und Würzburg auf. Er war ein uneheliches Kind des Ingenieurs Gustav König, Direktor und technischer Leiter der Halleschen Maschinenfabrik und Vater des späteren Soziologen René König, und der Handwerkertochter Hedwig Therese Sophie Fröhlich. Nach dem Besuch eines Reha-Gymnasiums in Berlin-Friedenau leistete er 1916 Siebzehntel Freiwilligendienst bei der Presseüberwachung in Brüssel und unternahm mit Groschenheften erste schriftstellerische Versuche. 1919 begann er ein Volontariat bei der niedersächsischen Landeszeitung in Celle, trat unter dem Künstlernamen, Gustav Gief, in einem Varieté auf und schloss sich dem mittelfränkischen Gastspielensemble in Sontheim an. Nach Schauspielunterricht in Heilbronn fand er erste Engagements in Friedberg, Hessen und am Reisetherter der schwäbischen Volksbühne. 1921 ging Gustav Fröhlich nach Berlin, wo er auf Empfehlung von Paul Henkels für zwei Jahre am neuen Volkstheater in der Köpenicker Straße engagiert wurde. Von 1923 bis 1925 spielte er an der Volksbühne am Bülowplatz U. A. in Inszenierungen von Erwin Piskator. Anfang der 1930er Jahre trat er unter Max Reinhardt am Deutschen Theater U. A. als Prinz von Homburg auf. Eine Nebenrolle in Theo Frenkels niederländisch-deutscher Co-Produktion Ein neues Leben markiert Gustav Fröhlichs Filmdebüt. Daran schlossen sich Hauptrollen und wichtige Nebenrollen in einer Reihe von Stummfilmen an, unter denen Fritz Langs aufwendiger Uferfilm Metropolis der filmhistorisch wichtigste war. Nach der Einführung des Tonfilms konnte Fröhlich seine Karriere problemlos fortsetzen. 1930 31. verpflichteten ihn Warner Bros. aus. Nach Hollywood, wo er in deutschen Versionen amerikanischer Filme mitwirkte. 1931 trat er in Max Oppes Musikkomödie Die verliebte Firma neben Lee and Dyers und ebenfalls 1931 in Robert Ziot-Max Kriminaldrama Voruntersuchung neben Hans Brausewetter und Albert Bassermann. Häufig arbeitete er auch mit dem Regisseur Gese von Bolvary zusammen, der ihn allein von 1931 bis 1933 sechsmal als Hauptdarsteller einsetzte. 1933 führte Fröhlich in dem Film Rakokzimash erstmals Selbstregie. Neben Kamilla Horn spielte er wie üblich auch die Hauptrolle. Im Dritten Reich Fröhlich heiratete 1931 die jüdischstämmige Schauspielerin Gitta Alper. Nach Angaben von Alper verstieß Fröhlich sie, als sie mit der gemeinsamen Tochter Julika, Julitschka Fröhlich schwanger war. Während eines Empfangs bei Kulturminister Josef Goebbels verleugnete er seine Frau, um sich ungehindert Goebbels nähern zu können und seine persönliche Karriere nicht zu gefährden. Die Ehe wurde 1935 geschieden, als Alper schon im rettenden Exil war. Da Fröhlich in seinen Rollen den Liebhabertyp, der im Kino des Nationalsozialismus besonders gefragt war, der sympathische, aber grundvernünftige und verlässliche Kavalier und Bräutigam, in idealer Weise verkörperte, waren ihm auch nach dem Regierungsantritt der NSDAP Hauptrollen in zahlreichen Filmen sicher. Als Darsteller von Polizisten, Rechtsanwälten, Offizieren, Ingenieuren und Vertretern ähnlicher vertrauenseinflößender Berufe war er meist neben den einschlägigen Darstellerinnen unsentimentaler, moderner, praktisch veranlagter junger Frauen wie Marianne Hoppe, Renate Müller, Ilse Werner und Hilde Kral zu sehen. Daneben drehte er jedoch auch mit Sibylle Schmitz, Brigitte Horni, Kamilla Horn und Käthe von Nagy. 1941 heiratete Gustav Fröhlich Maria Hayek. 1935 36 stand er gleich dreimal mit Lida Barowa vor der Kamera. Mit ihr war er in dieser Zeit auch privat liiert und wohnte mit ihr bis zur Trennung auf der Insel Schwanenwerder. Lida Barowa verließ Gustav Fröhlich schließlich, weil sie ihrerseits eine Affäre mit dem Propagandaminister Josef Goebbels hatte. Im Gegensatz zu vielen anderen prominenten Berufskollegen wurde Fröhlich nach Beginn des Zweiten Weltkrieges allerdings nicht unabkömmlich gestellt, sondern 1941 für 18 Monate zu einem Posener Landschützenregiment einberufen, das er für Dreharbeiten nur jeweils vorübergehend verlassen durfte. Mit durchschnittlich drei Hauptrollen pro Jahr zählt Gustav Fröhlich neben Hans Albers, Willi Fritsch und Heinz Rühmann zu den prominentesten und aktivsten männlichen Stars des NS-Kinos. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da Gustav Fröhlich nur vereinzelt an Propagandafilmen mitgewirkt hatte, konnte er seine Karriere auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fortsetzen. Bereits 1946 sprang er in Helmut Weiß' Lustspiel sagt die Wahrheit für den wegen seiner Nähe zum NS-Regime noch unter Berufsverbot stehenden Heinz Rühmann ein. Gleichzeitig kehrte er ans Theater zurück und nahm ein Engagement am Brunnenhof-Theater des Bayerischen Staatsschauspiels in München an. 1947 – 48. führte er in dem Film Wege im Zwielicht erstmals seit Kriegsende wieder Regie. Im Kino war Gustav Fröhlich weiterhin in zahlreichen Hauptrollen zu sehen. Seine wohl interessanteste Nachkriegsrolle war die des alternden, totgeweihten Malers Alexander in Willi Forsts Film Die Sünderin in dem ihm erstmals der Ausbruch aus der Schublade des netten, vertrauenswürdigen Charmers gelang. Der wirkliche Umfang seines schauspielerischen Potenzials hatte sich bereits 1932 in Max Oppus' Film Die verliebte Firma angedeutet, in dem die harmlose Nettigkeit von Fröhlichs Figuren erstmals gebrochen erschien und ahnen ließ, dass darunter Entschlossenheit und sogar Gewalt verborgen sein konnte. Es bedurfte jedoch der Befreiung von den strengen dramaturgischen Normen des NS-Kinos, um diesen zwiespältigen Elementen Raum zur Entfaltung zu verschaffen. 1956 zog er sich weitgehend aus dem Filmgeschäft zurück. Anschließend stand er bis Anfang der 1980er Jahre nur noch für wenige, ausgewählte Film- und Fernsehauftritte vor der Kamera. Bis 1953 gehörte Gustav Fröhlich zum Ensemble des von Gustav Gründgens geleiteten Düsseldorfer Schauspielhauses. Danach spielte er am Berliner Renaissance-Theater und am Schauspielhaus Zürich. Er spielte bis 1976 regelmäßig Theater. 1956 übersiedelte er in die Schweiz in den Ort Brissago am Lago Maggiore. 1972 wurde er mit der silbernen Plakette der Stadt Salzburg ausgezeichnet und 1973 von der Bundesrepublik Deutschland mit dem Filmband in Gold. Er starb 1987 im Alter von 85 Jahren nach einer Operation in Lugano. Einige Monate zuvor war seine Ehefrau Maria gestorben. Seine Grabstelle befindet sich an der Urnenwand des Friedhofs Brissago. Literatur und Dokumente Rolf Aurich, Susanne Fuhrmann, Pamela Müller, Lichtspielträume. Kino in Hannover von 1896 bis 1991. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Theater am Egi vom 6. Oktober bis zum 24. November 1991. Gesellschaft für Filmstudien, Hannover 1991 S. 156 F. Gustav Fröhlich, Die große Pause. Schauspiel. Gustav Fröhlich, Waren das Zeiten. Mein Filmheldenleben. Ungekürzte Ausgabe. Ulstein, Frankfurt am Main U. A. 1989 ISBN 3-548-22061-4. Genograf, Stammbaum, Familie König, Per 8. April 2011 erstellt und übermittelt von Dr. Oliver König, Köln-René-König Schriften, Band 18, Autobiografische Schriften, neu herausgegeben von Mario und Oliver König und mit Nachwort von Oliver König, Obladen 1999 Jörg Schöning, Gerke Dunkase. Gustav Fröhlich, Schauspieler, Regisseur. In. Sinegraf, Lexikon zum deutschsprachigen Film, Lieferung 10, 1988